Sehr geehrter Herr Vizepräsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Millionen von Kindern einen Schulbesuch zu ermöglichen, die schlechte Behandlung und oftmals Misshandlung von Mädchen in Entwicklungsländern zu beenden, das sind zweifellos ehrenwerte Ziele, denen man sich wohlwollend nähern muss. Umso mehr als die betroffenen Länder zugleich diejenigen sind, aus denen sich die großen Migrantenströme Richtung Europa in Bewegung setzen. Fasle Rabani, wohlgemerkt kein AfD-Politiker, werte Kollegin, sondern ein Experte der globalen Bildungspartnerschaft, um die es hier heute geht, weist darauf hin, dass die Geburtenrate in Bangladesch halbiert werden konnte durch den vermehrten Schulbesuch von Mädchen. Das ist gut für das betroffene Land, dessen Ressourcen begrenzt sind. Das ist aber auch gut für Deutschland und Europa, weil der Migrationsdruck dadurch nachlässt. Man könnte jetzt darüber streiten, ob die Summe von 100 Millionen Euro jährlich, auf die die Kollegen von den Grünen den deutschen Beitrag zur globalen Bildungspartnerschaft aufblähen wollen, wirklich angemessen ist, oder ob man nicht zuerst die eigenen maroden Schulgebäude sanieren sollte und die 35.000 fehlenden Grundschullehrer einstellen sollte, bevor man gleich die ganze Welt rettet. Diesen finanziellen Diskurs kann ich mir hier aber sparen, denn das Programm der globalen Bildungspartnerschaft krankt leider schon auf einer viel grundsätzlicheren Ebene. Es ist in Wahrheit ein ideologisches, trojanisches Pferd, das die Grünen hier heute ins Parlament gerollt haben. Die Strategiepapiere der GPE, allen voran die Gender Equality Policy and Strategy 2016 bis 2020, sprechen es ganz klar aus. Hinter den wohlklingenden philanthropischen Bildungszielen verbirgt sich nicht ausschließlich, aber eben in weiten Teilen ein weltweit angelegter Aktionsplan, um der Genderideologie, der Inklusionsideologie und der Ideologie des Postkolonialismus im globalen Maßstab zum Durchbruch zu verhelfen, meine Damen und Herren. Also all diese zutiefst schädlichen, weil an der Wirklichkeit vorbeigehenden Ideologien, unter denen Schüler, Eltern und Lehrer wie Studierende in Deutschland leiden und die zum hiesigen Bildungsnotstand maßgeblich beitragen, die sollen nun weltweit in die Bildungssysteme implementiert werden. Am Genderwesen soll die Welt genesen und Deutschland soll dafür bezahlen. Mit der AfD sicher nicht, meine Damen und Herren. Ja, es müssen Sie sich jetzt auch mal anhören. Mit dem Gender Mainstreaming wurde der Geschlechterkampf in unseren Bildungseinrichtungen und Behörden staatlich verordnet auf Dauer gestellt. Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern wurde damit einer permanenten unterschwelligen Vergiftung ausgesetzt. Und wenn dies in den betroffenen Einrichtungen und in der Öffentlichkeit nicht viel mehr thematisiert wird, so nur deshalb, weil eine Gesinnungsdiktatur von allmählich Orwellschen Ausmaßen jedem das Karriereende androht, der sich politisch unkorrekt äußert und das Genderdogma infrage stellt. Das ist die Realität. Und auch die Praxis der Inklusion hat verheerende Auswirkungen und darf jetzt schon als gescheitert gelten. Sie wird weder den Behinderten noch den nichtbehinderten Kindern gerecht. Sie zerstört das hervorragende deutsche Förderschulsystem und sie beruht auf demselben Gleichheitswahn wie die Genderideologie. Versuchen wir uns doch einmal vorzustellen, was es für die Entwicklungsländer bedeuten würde, einem derartigen Erziehungsprogramm, das ja ein kulturelles Umerziehungsprogramm ist, unterworfen zu werden. Was das bedeutet. Stellen wir uns also vor, den Genderbeauftragten der Universität Timbuktu, den Diversity Manager von Sanaa, und wir ahnen Böses, meine Damen und Herren. Je erfolgreicher dieses Programm arbeitet, desto mehr muss es doch in den oft noch archaischen Gesellschaften dieser Länder massive soziale Spannungen hervorrufen, vor allem zwischen den Generationen. Und unweigerlich wird es dann auch zu Abstoßungsreaktionen gegen die eingeschleusten westlichen Fremdideologien kommen. Und das ist dann auch gut so, meine Damen und Herren. Nicht zuletzt für uns Europäer ist das gut, denn was das GPE unter transformativer Bildung versteht, das ist nichts anderes als eine Indoktrination mit postkolonialer Ideologie. Und das heißt, die Verankerung einer Überlegenheits- und Anspruchshaltung im globalen Süden gegenüber dem Westen, während diesem Westen ein tiefer, ein tiefer Schuldkomplex aufgrund seiner kolonialen Vergangenheit eingeimpft werden soll. Und dies alles, und dies alles im Zuge einer sogenannten Global Citizenship Education, die, wie schon der Name sagt, nichts anderes bedeutet als die Schleifung der historisch gewachsenen Nationen und die ideologische Bodenbereitung für weltweite Migrationsströme. Im Grunde, was Sie hier machen, ist eine Form von Kulturimperialismus, aber eine paradoxe Form, bei der die aufgedrückte Ideologie zum Schaden der Imperialisten ausschlägt, die sich ein humanitäres Mäntelchen umhängen. Für Bildung, ja, für Bildung für alle wäre die AfD zu haben, aber für Ideologie für alle sicher nicht, verehrte Kolleginnen. Trotzdem, trotzdem, trotzdem stimmen wir der Überweisung in den Ausschuss zu. Meines Erachtens wäre es im Bildungsausschuss am besten aufgehoben, weil dort diese ideologischen Ladungen diskutiert gehören, aber ich kann auch mit dem Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit leben, weil wir dort gemeinsam ausloten wollen, inwiefern eine ideologisch unkontaminierte Bildungsförderung, die dringend notwendig ist, in den Entwicklungsländern realisiert werden kann. Vielen Dank. Herr Kollege, das mit der Redezeitbegrenzung ist ernst gemeint. Ebenfalls die erste Rede hat der Kollege Olaf Unterbeek von der FDP-Fraktion. ! !